Mahlzeit, ich grüße euch, ich hoffe alles gut bei euch. So, wir sind auf dem Weg zur Wand. Jetzt treffen wir jetzt hier vorne an der Ecke gleich mit Locke. Dann können wir mal gucken, was heute geht. Locke will jetzt ein eigenes Ding machen, vielleicht filmen wir mal drüber. Kann aber nichts versprechen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der Wand. Dann präsentiere ich euch, was ich mir überlegt habe, was ich heute vorhabe und welche Farben heute klar sind. Dann bis gleich. So, wir sind angekommen an der Wand. Gucken wir mal, ob wir heute bei haben. Und zwar habe ich oben bei, für den Fall der Fälle. Und sonst hatte ich mir überlegt, hier mit dem Hellencher Kiestönen ein bisschen zu faden und dann hier mit dem Clash Purple die Ausleihen zu machen und damit auch Blocks. Und mit Grün und so mal gucken, oder mit Grau irgendwie was im Hintergrund zu machen. Ja, wir sehen uns gleich beim Vorfeld. So, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen jetzt eine schöne Liebke. Throw-Up. Klassiker. Da haben wir vielleicht noch einen Carry in der Mitte. Mal schauen. Mal schauen. So, wir haben uns entschieden für den Charakter hier. Dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen ranzimmern, haben wir jetzt ein bisschen gejügelt. Unwiderwird. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Wir haben uns überlegt mit den beiden Blautönen hier in den Hintergrund ein bisschen reinzufäden. Erst mit dem dunklen und dann mit dem helleren. Einmal ringsrum. Mal gucken wie das kommt. Das war's. Juhu, 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 Juhu Juhu, 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 Juhu Juhu, 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 Juhu So nehmen wir uns mal die Outline Dose hier, die schöne Farbe, dann machen wir mal mit dem blauen Cap die Outline, den linken blauen Cap, ja, erstmal freispritzen. Jetzt machen wir hier nochmal einen schönen Schatten ran, ziehen es vielleicht mal ein bisschen dicker. Hier ist ein bisschen orange und malen mal den Kopf da oben aus, von dem Charakter. Nehmen wir uns mal den Schwarz hier und den schwarzen blauen Cap hier, machen wir mal eine schöne Outline. So you wanna be hardcore? Untertitelung. BR 2018 Kommt Eis? Highlights hier mit Orangenhaus ausgesucht. Warte mal, wie das kommt. Warte mal, wie das kommt. Greencap. Grüße gehen auf jeden Fall raus heute. Moco und Inch. Peace. Peace. Wenn wir die Crew noch abgegrüßt, machen wir nochmal um. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da sind wir fertig. Ich hoffe, die Folge mit Logé hat euch gefallen. Auf jeden Fall ein richtig geiler Vormittag hier. Schöne Chrom-Action. Auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Lasst mal ruhig ein Like und ein Abo da. Und gerne noch einen Kommentar. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.